So, jetzt sitze ich hier einfach nur so rum, noch muss ich nicht sagen. Und es ist auch noch dunkel. Ach, ich bin sowas von müde. Was soll ich noch jetzt erzählen? Meine Hüsi ist gestorben. Meine kleine Hüsi. 15 Jahre alt ist hier so. Meine kleine weiße Schwarz-Weiß. Ich glaube, ich habe noch ein Bild von mir. Ja, damit ihr wisst, ist ja auch so. Ja, meine Hüsi ist hier so. Das war mein Wushi, als er noch klein war. Das sieht aus wie so eine Flöder-Maus. Das ist der größte Wagen. Den haben sie mir vergiftet. Der ist nur 10 Jahre alt geworden. Mit seinen großen Fledermausbärchen und so braunen Näschen da. Sieht ja komisch aus, nicht? Da bin ich mit meinen Jungtieren. Sieht man das? Da sind sie ja alle. Da sind meine Pussis alle kleiner. Da habe ich gerade Maxi in der Hand, als sie noch klein war. Da habe ich meine Schnurri im Arm. Das sieht man gar nicht so. So, jetzt sieht man sie. So, jetzt sieht man sie. Da ist noch mal mein Wushi. Das ist Haki. Das ist Haki. Ich bin da am Putzen. Das sieht man gar nicht so. Da war sie im Häuschen. Das sieht aber schon ganz anders aus. Das ist eine Schnecke. Das ist die Taube, die hat da ein Nest da oben im Baum. Und die ist immer im Hüren. Das ist ein Schmetterling. Ach ja. Und das da ist meine fette Schwägerin. Boah, die ist ekelhaft. Die ist frech. Oh, rotzfrech ist die. Mann, Mann, Mann. So was von rotzfrech, du, das gibt es gar nicht. So. Jetzt tue ich das nach große Ordnung. Das meine. Trompetenärmel. Nicht so auf die ganz große Begeisterung, muss man sagen. Oh, das ist immer so. Dann finde ich dich total toll. Ich habe er immer noch unsicher. Und ich sage heute, wenn er mutig ist, darf man diesen Eintritt zu geben, eine kleine Verrücktheit zu wagen. Da steht auch Lucy. Das ist scheiße, aber das hat mich so ja gar nicht gesagt. Sie denn? Ich habe gesagt unbewohnt. Ja, oder kann man tragen. Und Fini. Alle beide. Warte mal, jetzt muss ich jetzt mal... So, das ist einmal Wushi. In seiner ganzen Größe. Kann man das sehen? Oh, jetzt hast du schon mal weg hier. Hm? Ist ja... Ah, ich glaube, so kann man das sehen, ne? In seiner ganzen Größe. Er ist mal ein großer Vater. Und das ist meine Lucy. Na? Mein Schöpfeherrn. So, ich bring das erst mal wieder weg. Er ist ja nicht oder so. Und das ist meine Lucy. Ich bring das auch sicher. Das ist ja nicht so. Und das ist ja nicht so. So, ich bring das auch sicher. Und das ist ja nicht so. 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 Und die회ße. und das ist meine finne gefällt das nicht dass wir da so stehen zwei jahre ist ja doch nicht so will ich hier kann man mal hier mein schnuckelchen ich hab die auch die anderen die mag das nicht auf dem arm so gequetscht werden so jetzt mache ich auch mal schloss ich muss auch gleich zu arbeiten